Leise, ich hör was. Also da unten ist niemand. Und die in diesem Raum spielen irgendwas. Also Max. Was denkt ihr? Echt witzig, Alter. Wer ist der Basketballspieler da in blau? Haben die noch einen oder was? Ich weiß es nicht. Sollen wir irgendwas dazu zeichnen? Oh, wen haben wir denn da? Oh, hallo Leute, wie geht's euch? Wir warten auf die Mädchen. Wisst ihr, wo sie sind? Eure Schule ist echt ruhig. Irgendwie langweilig. Jetzt, wo wir hier sind, wird's lustig, okay? Also Ego, wartest du auf Knopper? Stell dir mal vor, sie kommt zu dir und sagt, es ist aus mit uns. Und kommt zu mir zurück. Wie, Werder? Stell dir das mal vor. Was? Was meinst du? Ganz ruhig, sie sind unsere Freunde. Was ist los, Jungs? Wir haben mit euch Basketball und so gespielt. Im Ernst, Basketballspieler, wir kommen in Frieden. Was ist los mit euch? In Frieden. Das ist okay, Leute. Wir brauchen eure Rebellen nicht, ja? Und zwar überhaupt nicht. Versteht ihr überhaupt nicht? Ego, sag deiner Knopper, sie soll aufhören, mich anzuschauen, während ich trainiere, okay? Sie sollen aufhören, ja? Gut, Smile, ich verstehe ja schon. Was verstehst du, Markus? Diana ist meine Freundin. Zwar die Ex-Freundin, aber meine Freundin. Ich verstehe ja schon. Könnt ihr mal aufhören mit euren Rollenspielen? Setzt euch hin und wartet auf eure Bestellung. Verrückt. Wow. Smile, sag Markus Alien, dass die Rebellen unsere Mädchen sind. Hast du das verstanden, Markus? Die Rebellen sind unsere Mädchen, die Mädchen der Basketballspieler. Ja, Smile, ich hab's schon verstanden, okay? Ich werde Diana sagen, dass wir uns trennen und so. Nicht nur trennen, du gehst dann auch von dieser Schule weg, okay? Cool. Können wir bitte vier Mojitos und vier heiße Schokoladen haben? Danke. Lauf, Markus, lauf. Lauf, Markus, lauf. Das tue ich, das tue ich. Lass dich hier nicht mehr blicken. Markus, achte nicht darauf. Smile, Schauspielern ist an. Hast du gehört? Hör auf. Ich werde mal mit ihm reden, mit diesem blonden Jungen. Markus nicht. Lass uns reden, Markus. Ja, lass uns reden, Smile. Markus, Smile, entspannt euch. Nein, Markus will reden, also werden wir reden. Smile, erklär das mit den Rebellen. Ja, das werde ich. Ich werde es dir zeigen. Markus, halt. Los, Markus.